Willkommen zu einem neuen Horror Game Okay, let's go Oh, wir sitzen an einem Schreibtisch Ah, ist ein bisschen laut Start Survey Aaaaand Das ist mein Zimmer Gewitter Was heißt Survey? Desktop Desktop, okay Yes Are you having a nice day? Äh Also Papa hat mit mir geschimpft Weil ich gestern zu laut war Hey In Englisch I would say no Ärger von Papa bekommen No Do you have Do you have many Do you have many responsibilities? Yes Look around for a moment Bitte nicht Passiert jetzt was? Okay, nein Are you family with your Was heißt das, Chat? Kennst du deine Umgebung? Äh, I'll say This is a game I don't Äh, nein Also ich bin hier nicht immer Ich bin das erste Mal hier No Do you know where you are? Äh Okay, yes My My, my Zimmer Hey Have you ever had a panic attack? No Oh Oh Woah, ich hab's ausgemacht Do you think you're self questioning your existence? Was heißt das, Chat? Existenz infrage stellen Und was meinen die damit? Zweifelst du an deiner Existenz? Yes Do you believe there is a God? Yes God God is, äh, there Are you answering, äh, this question out of free will? Ich weiß, was das heißt Ob ich das, äh, freiwillig beantworte Yes Eigentlich schon Oh nein Are you certain? Was heißt das? Bist du sicher? Äh, no Do you feel comfortable in your room? Yes Das heißt bequem Äh, yes Eigentlich schon Eigentlich schon If the lights went out Would you be scared? Yes, 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 yes Nein Nein Have you Wondered when you will die? Eigentlich nicht Oh Zimmer, hau zu Zu, zu, zu Ich will nicht weggucken Ich will nicht weggucken Have you Ich muss schnell lesen Have you there? Have you Have you cleaned? Have you cleaned off? Have you cleaned your Have you cleaned off your desk, Lenky? Hast du dein Zimmer letztens aufgeräumt? No Main game Kann ich nicht kurz die Tür zumachen? Open The Folder on your desk Okay Ich drehe mich extra andersrum Oh mein Gott Oh mein Gott Hamed Loco Schlitter Adeyemi Argentinien Was zur Hölle geht hier ab? Was zur Hölle geht hier ab? Bro, ich glaube es wurde von diesem Spiel gehackt Das ist nicht lustig Das ist nicht lustig Do you Recognize The Contents of The Folder? Ja natürlich Das steht mein Name Yes Why? Do you have internet? Yes Why? Do you have any enemies? Äh No If you If you If you went missing Would you Would anybody come looking? Yes My family My Zuschauer Yes Are you alone? Oh nein Bitte Nein Bitte Ich sag extra nein Ich sag extra nein Ich verarscht das Spiel Nein Nein Ich bin hier Mit meinem Freund If you screamed Would anybody hear? Yes Yes Jeder wird das hören Do you know the Person Standing behind you Bitte nicht Bitte nicht Bitte nicht Ich will das nicht mehr spielen No I'm not alone Relax Take some time to relax Okay Okay Ich kann das trinken Drink it Drink Kann ich nicht Oh ich kann es nicht mehr ablegen Egal Ich kann es drehen Wow Are you relaxed? Yes Are you feelings real and not Just programmed like a machine Machine Yes Echte Gefühle Is there a meaning to life? Yes Sex Do you know who you are yet? Wer ich jetzt bin? Oder was? Ja Yes Hamed Do you know what is Happening? Oh Oh das ist die Flasche Oh Yo Warum kann ich zoomen Auf einmal No I don't know If you were told the truth About your Existence Would you Would you Deny it in hopes For a better answer Habe ich nicht verstanden Aber ja Ich weiß nicht was ich sagen soll Ich weiß nicht was ich sagen soll Das Spiel kennt meinen Namen Es kennt meinen Namen Mama 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 Ja Yes Ja Hamed Mama Ja Guck mal ich wollte gerade ein Horror Spiel spielen Auf einmal Ich spiele das Ja Und Auf einmal hat das so Bilder von mir Und Da steht so mein Name Und so in dem Spiel Das ist dein Ernst Doch ich schwöre Was heißt das jetzt? Ja Also ich hab Also soll ich Ich weiß nicht was ich machen soll Ich hab Angst dass ich gehackt wurde von dem Spiel Aber du musst das löschen oder blockieren Nein Ohne Spaß Ich bin gerade drinnen Und da steht Hamed Fragezeichen Und dann gucke ich rechts in meine Mappe Und da ist ein Bild von mir Und da steht Hamed Loco Doch Soll ich das Spiel einfach löschen? Ja Du bist eh laut Lösch das und fertig Machen wir in Pause Okay Tschüss Tschüss Hamed Ich spiele weiter Nur für euch Yes If I could Proof to you That you are Non Senti Would you be shocked? Ich weiß nicht was das heißt Also nein Do you want to know the truth? Äh Nein Look out your window Nein Ich drehe mich anders rum Ist cleverer Ich kann dahin gehen Ich könnte dahin gehen Das wusste ich nicht Look around you This room The door The computer The next door Oh mein Gott Warum gehen wir hoch? Yo What the fuck? Yo Was zur Hölle? Yo 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 Was passiert hier? 0 1 1 0 0 1 1 0 I can finally set you free Wir haben das Spiel durchgespielt Loooo Loooo Ah Huch Loo 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 的